Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und so dein Sehnsucht bequenkt, wie dich von der Welt, die mir auf dem Leben hält. Komm dort wieder, die Blut der Grünen lächeln wieder. Komm dort an Denken, dir mein Herz zu schenken. Komm dort wieder, ich hör vor Sehnsucht, deine Lieder. Und so dein Sehnsucht bequenkt, wie dich von der Welt, die mir auf dem Leben hält. Und frage, dann mein Herz, fühlst du deinen Schmerz. Musik 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 Schenke, komm doch wieder, ich versier's in deine Lieder und frage dein Herz, fühlst du deinen Schmerz? Schenke, 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 schenke. Schenke, 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 schenke. Schenke, 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 schenke. Jetzt habt ihr eine fesche, junge Sängerin dabei und ihr heißt das Ölscherland-Bur. Der weiblichste Ölscherland-Bur für alle. Nein, darf ich das kurz erklären? Ja, bitte! Wir haben vorher gemeint, Öltschernand, Brum und Gitti. Und dann hat die Gitti gesagt, wisst ihr, was machen wir denn dann? Sie nennt es Unisex. Es war einfach Öltschernand, Brum, ne? Der nächste Applaus, der soll jetzt wirklich an der Gitti einmal gelten, weil das hat sie sich übernimmt. Super, super! Also seit Mai 2012 gibt es diese Generation. Ich muss wirklich sagen, Respekt und Kompliment. Und wenn ihr jetzt noch eine Zugabe hättet, darfst, machtst, ja gerne. Dann, wie heißt die Zugabe? Ja, machen wir wieder einen Bekannten und schönen Urlaubszeit. Aha, auf geht's! Jörg Stahl! Ja, ich muss einfach mal begrüßen. Ich muss einfach mal unsereAPPlaus. Ich muss einfach mal in den St. Matthäusern revolte Gas. Ja, ich muss einfach mal in den St. Matthäusern. Ich muss einfach mal im Saal dazu kommen. Und dann, wie heißt die Zugabe? Musik 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 23 Kapieren Schukann Musik Wie sie sie empfangen haben, so werden sie eigentlich wieder und werden auch wieder vormschieden. Es gibt dann draußen auch Musik ohne Verstärker und das ist eigentlich das Schöne bei dieser sogenannten Oberbeiner Musik. Man kann auch Musik machen ohne Verstärker.